Eine geheimnisvolle, wilde Welt, verborgen und unzugänglich. Ein Ort der Mythen und Wunder, still, einsam, entrückt, voller Geheimnisse. Doch dieser Märchenwald existiert erst, seit er unter strengem Schutz steht und allein die Natur hier herrscht. Es war eine umstrittene Entscheidung, die lange als unmöglich galt. Dann wurde sie zur erfolgreichsten Waldgeschichte weltweit. Die Natur eroberte verlorenes Terrain zurück. Der Wald darf wieder sein, was er immer war. Ein Wunderwerk der Natur. Das ist seine Geschichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017